Und damit ein herzliches Willkommen, liebe Freunde der Stickertüten-Aufreiß-Aktionen. Drei Stickertüten heute auf dem Programm. Und ja, wir wollen gar nicht lange fackeln, das Sticker-Aufreiß-Aktionen schieben wir zur Seite. Und nach wie vor, wenn ihr mich unterstützen wollt, und vor allem auch dieses Format, was doch auf Dauer selbst kostspielig ist, dann guckt dieses Video zu Ende, lasst ein Like, da auch gerne einen Kommentar. Aber ein Abo ist, nach wie vor, ich sehe jetzt schon, dass ich ein Doppeltab, nach wie vor kostenlos. Ja, mehr gibt es jetzt erstmal nicht dazu zu sagen. Bitte unterstützt mich. Diese Sticker sind so spannend, teuer. Auch wenn ihr jetzt sagt, ja, das sind doch nur 3 Euro. Ja, aber wie viele Videos habe ich schon gemacht, rechnet das mal zusammen. Da kommt ein bisschen was rum. So, ein ganz klein bisschen. Ich will jetzt nicht rumflämen. Oder so. In der Art. Und das sieht schon mal alles ganz gut aus. So, hier haben wir nochmal 43, Nummer 84, Nummer 4. Und 192. Also relativ niedrige Zahlen. Aber allgemein auch. So, im mittleren Bereich gar nichts. Wir haben die 300er. Doch, einen haben wir mit 200. Und das mal da hin. Okay, Codename 11, den hatte ich im letzten Video schon gehabt. Das heißt, der ist auf jeden Fall schon doppelt. Nämlich die 342. Den hatten wir nämlich im letzten Video schon. Das weiß ich, weil ich das Video gleich im Anschluss aufnehme. Das heißt, den können wir schon mal direkt zur Seite legen. Und 312. So, Nummer 4, Nummer 9, 19, 37, 43, 84. Dann geht es schon weiter mit 161, 81. Und T. So. Na, allen Doppelten schon. Mal gucken, ob noch mehr hinzukommen. Ich hoffe nicht. Aber zumindest haben wir bei dem ersten, bei dem Quarter Pick, also bei dem Vierer Bild, haben wir jetzt das Dritte. Das will ich so perfekt, wie nur irgend möglich aufzuleben, was mir nicht so gelingt. Wie wir sehen, es wird. So. Nummer 9. Haben wir auch noch nicht. Aber wir haben fast die Seite voll. Absprung. Nach dem Sprung aus dem Schlachtmus können die Spieler frei fallen oder an ihrem Hängegleiter zu Boden schwingen. Das Bild ist etwas verwirrend. Aber das Witzige ist, auf der Seite fehlt uns praktisch, faktisch nur ein einziger Sticker noch und auf die andere Seite ist komplett leer. Komplett leer. Von 10 bis 14 haben wir gar nichts. Nummer 19. Oh, haben wir auch noch nicht. Hier fehlt uns auch noch ein einziger Sticker. Polarpeak. Ein eisiger Berg mit einer Burg auf dem Gipfel. Sieht ein bisschen aus wie Winterfell. Aber nur ein bisschen. So eine Mütung aus Winterfell und... Ich bekomme die Sticker nicht ab. Wo ist die Ecke? Es gibt immer eine Ecke, die ist ganz besonders das hier klebt. Und hier wische ich meistens immer. Also praktisch, faktisch wie immer. Und natürlich auch wieder der Aufruf an euch da draußen. Schreibt mir unten in die Kommentare, ob ihr auch schon die Karne gesammelt habt. Und wenn ja, welche? Das interessiert mich, wirklich brennt. Okay, Nummer 37 haben wir auch doppelt. Das sind nämlich hier die Schildtränke. Das sind schon mal zwei Doppelte. 43... Oh, haben wir noch nicht. Eisblock. Meisterhaft gefertigt, indem ein Stock in einem Westgebirksbach gehalten wurde. Hier sehen wir ihn. Sogar mit Fisch. Wir haben sogar frische Fischstädchen dabei. Und das ist doch auch schon mal was wert. Denke ich mir mal. So, jetzt kommt Nummer 84. Da müssen wir ein bisschen blättern und blättern und haben wir auch noch nicht. Yay! Aha, der Weihnachtsmann in einem Doppeldecker. An dem Moment, das ist ein X4 Stormwing. Ach, ich habe Ahnung. Na, eigentlich nicht, aber... Ach, Herrgott, das gibt es nicht. Jetzt finde ich hier gar keine Ecke, oder was? Ach, geht doch. Müssen wir auch wieder perfektionistisch hier einkleben. So, wir haben perfektionistisch eingeklebt. Als nächstes kommt Nummer 161. Blättern, 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 blättern. Direkt zu Season 4 oder wahrscheinlich schon Season 5. Okay, es ist nach dem Poster. Ich glaube, den haben wir auch schon. Der wird dann auch doppelt sein. 161. Oh, haben wir noch nicht. Das ist Omega Stufe 3. Wo ist da der Unterschied? Der sieht genauso aus wie Omega... Ne, die Arme sind ein bisschen... ein bisschen mehr, ein bisschen more. Das Ganze macht nichts, muss gucken drauf. Als nächstes 181. Haben wir schon. Aha. Drei Doppelte. Und das werden noch mehr. Das ist das Schlimme dabei. 192 haben wir auch noch nicht. Es gab unerwartet Teams und Bündnisse. Ja, hier sehen wir es. Ach, dieser komische Wikinger-Heini mit diesem Kabuki-Krieger. So oder so in etwa. So, Nummer 211 ist das nächste. Haben wir noch nicht. Yay. Das erste Wikinger-Outfit, das war Magnus in der Season 4. Wie gesagt, Magnus. Magnus. Magnus, Magnus. 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 Tatatata. So. 207. Da. Darf nicht wahr sein. Haben wir auch schon. Vier Doppelte, also schon fast eine ganze Stickertüte doppelt. Sagen wir nochmal. 312. Oh, allerletzte Seite. Der Eiskönig. Der Leech-King. Gepriesen sei der Herrscher des Eises und Schnees. Mein erstes Bild auf der letzten Seite. Also ich denke mal, einen Doppelten werden wir noch kriegen. Ich denke mal, das ist der Prisoner. Nehm. Draußen sind merkwürdige Geräusche. Mach noch Andale da draußen. So. 323 ist der Gefangene. Der Prisoner. Moment. Stufe 1. Yay, wir haben ihn doch nicht doppelt. Wuhu. Das freut mich, dass wir doch nicht eine komplette Stickertüte doppelt haben. Das freut mich allerdings sehr, sehr. Das meine ich ernsthaft. Und Nummer 318. Der müsste... Ja, der ist hier auf der Außenseite. Das ist Galaxy. Der Sieg steht in den Sternen geschrieben. Written in the Stars. War das nicht das Titan Show von Page in der WWE? Naja. Ich weiß es nicht. Ist mir auch Banane. Ja, und dann sind wir auch schon wieder am Ende angelangt. Kam diesmal gut durch. Gut, hatten vieles auf den Seiten, die halt nebeneinander lagen. Wie gesagt, Ausbeute. Vier Doppelte bei 15 Stickern. Und das ist der gesamte Rest. Wenn die einer haben möchte, einfach Bescheid sagen. Wir werden uns schon einig. Bis dahin, macht's nicht gut, macht's besser, bleibt gesund und auf Wiederg schaut.